Liebe Reisebüros, die in vielen Teilen negativ auf uns wirkende EU-Pauschalreiserichtlinie ist mit Hilfe des DRV bereits in einigen Stellen entschärft worden. Auch dafür ist ein Verband da. Aber das geplante neue Gesetz ist noch immer schädlich für unsere Reisebüros in Deutschland. Deshalb meldet sich der DRV erneut zu Wort. Im Bundestagsausschuss für Recht und Verbraucherschutz wird sich in wenigen Tagen unser Präsident Norbert Fiebig deutlich, aber auch konstruktiv zu Wort melden. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam die letzten großen Brocken aus dem Weg räumen. Vor allem die getrennte Bezahlung der vermittelten Reisebausteine schadet unseren Reisebüros. Das ist Bürokratie, die wir wirklich nicht brauchen. Aber so steht es derzeit noch im Gesetzentwurf. Ich bitte Sie deshalb, ob DRV-Mitglied oder nicht, werden Sie aktiv. Gemeinsam mit Ihnen können wir unsere Bundestagsabgeordneten davon überzeugen, welche negativen Auswirkungen dieses Vorhaben für unsere Reisebüros hat. Nutzen Sie daher bitte unser Mail-Modul auf reisebüros-schützen.de. Schreiben Sie Ihren Wahlkreisabgeordneten. Es dauert auch wirklich nur wenige Minuten. Sie sind Wählerinnen und Wähler und 2017 ist bekanntlich ein Wahljahr. Die Abgeordneten des Bundestages können uns helfen. Machen wir sie also zu unseren Verbündeten. Lassen Sie Ihre Politiker deshalb wissen, was auf dem Spiel steht. Die Zukunft der Reisebüros. Helfen Sie, machen Sie mit. Dankeschön. Vielen Dank.